Zum Geburtstag, Fehlböe, zum Geburtstag, Fehlböe, zum Geburtstag, Hehlböe, zum Geburtstag, Fehlböe. Eberbach warnt, ist für mich, und dazu lassen Sie mich einige Betrachtungen anstellen, etwas Besonderes. Die Eberbacher sind sehr lokalpatriotisch. Das ist mir, als ein Mann, der von außerhalb kam, besonders aufgefallen, lokalpatriotisch. Ich denke zum Beispiel in dem Zusammenhang an die Art und Weise, wie die Eberbacher diese 750-Jahr-Feier unserer Stadt auf so eine eindrucksvolle Weise zu feiern ist. Es war eine schöne Aufgabe, den Lebensraum Stadt entscheidend mitzugestalten, für die Bürger und mit den Bürgern zusammen. Ja, das Geschenk ist ein Scheck, vielleicht gedacht als Baustein für eine solche Brücke, oder auch vielleicht als ein Einstieg in die Gründung einer Stiftung zu diesem Zweck. Applaus 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 Applaus